Was ist das? Ja, ja. Jetzt kann ich nicht Spuk kommen, ich hab nicht. Weine auspendeln, wie haben Sie das jetzt ausgependelt oder wird das jetzt ausgependelt? Also so ist es in Ordnung. Der Brunella da, den kann ich zum Beispiel nicht trinken. Das ist der Cabernet Lagain, den auch nicht. Aber wenn Lagain, das habe ich einfach gespürt. Und das ist der Morellino. Der wird wahrscheinlich reinkommen. Da habe ich einfach gespürt, dass das mir wahrscheinlich jetzt positiv Energie gibt.